Musik Sie hat meinen Namen vergessen, das fängt ja gut an. Oh Mann. Hättest du mich mal gefragt, mir werden schon ein paar Namen eingefallen. Es ist toll. Herzlich willkommen bei Zimmerfrei. Danke. Möchtest du ein bisschen was Gesundes? Gerne. Ja, guten Appetit. Möchtest du irgendwas trinken, Nina? Gerne. Was darf es denn sein? Kein Tee oder so. Nö, Champagner aus dem blauen Kühlschrank. Ja, gerne. Ich habe mir ja eure Sendung manchmal angeguckt und ich weiß nicht, wenn ich jetzt Champagner trinke und die anderen trinken jetzt nichts, wäre gemeint. Nein, das macht die Sendung aus eigentlich. Das ist der Reiz der Sendung. Vielleicht ein halbes Glas? Ja, natürlich. Okay. Aber was ist Vitamin B von dem hier? Keine Ahnung. Du sagst doch, Vitamin B ist gut zum Träumen, oder nicht? Ja, genau. Das habe ich auch selbst getestet. Erzähl mal. Da kannst du dich unheimlich gut an den Traum erinnern, wenn du richtig schön Vitamin B einfepferst. Aber was muss ich noch vorher essen? Also was ist ein Vitamin B? Kartoffeln? Nee, das ist... Keine Ahnung, actually. Weiß ich nicht. Das steht ja da drauf. Also viel Fleisch vor allem. Können wir essen ein bisschen Vitamin B vielleicht? Naja, man muss ja zusammen essen mit dem Essen. Wenn es alleine jetzt ist, dann kriegen wir Bauchschmerzen. Das wollen wir ja nicht. Nee, das wollen wir nicht. Aber die natürlichen Vitamine sind eigentlich besser, weil die paar Jahre, die ich in Amerika gelebt habe, da war ich bei so einem ganzheitlichen Doktor, der mich zum Heilfasten animiert und inspiriert hat. Und da habe ich zum ersten Mal heil gefastet. Das war so toll. Und da habe ich diese ganzen Sachen, da habe ich Säfte draus gemacht. Weil Fasten sollst du ja nur flüssige Sachen zu dir nehmen und nichts mehr kauen und so. Und was war dann im Hirn beim Heilfasten? Was ist da abgegangen im Kopf? Ich habe ja leider nur 14 Tage geschafft. Kulissen aufgebaut sind mit Spielen, die du als Kind gespielt hast. Ein Wissenschaftler, ein Ernährungswissenschaftler und ein Virologe, das ist ein Deutscher, ein ganz toller, der heißt Professor Doktor Peter Duisberg, lehrt an der Uni Kassel und in Berkeley in San Francisco. Und der hat, der giftet die Pharma-Lobbys an, weil die den Leuten zu viele Tabletten verkaufen, die sie gar nicht brauchen, weil die Krankheit ganz anders zusammengesetzt wird, als es offiziell verkündet wird. Das ist ein Buchclub-Vertreter, muss ich mir Ihnen vorstellen. Nee, das ist einfach ein Wissenschaftler, der die Wahrheit sagt, aber... Kann ich das nochmal sehen? Hat dir deine Mutter nicht gesagt, da bleiben die Augenstimmen ins Klingel? Doch. Hat sie. Hat sie? Die hat auch gesagt, ich soll bitte nicht singen, das klingt schrecklich. Aber das war, wo ich noch meine Bruststimme noch nicht entdeckt hatte. Da hatte ich nur meine Sonnenseele. Und wo ist das? Also, weil... Keine Gewalt. Weil ich unheimlich viel zu tun habe in Deutschland und in Europa. Ich war in Connies Studio die ganze Zeit, habe über Weihnachten eine Charity-Platte aufgenommen. Mache jetzt die neue Pop-Platte fertig. Gehe ja jetzt auch auf Tournee. Ah. Brauchst du noch einen ukulele Spieler? Da bist du mehr. Also im Moment eigentlich. Well. Äh, guck, man kann ihn, man kann ihn so lange rufen, bis er kommt. Bis er kommen muss. Dann wird die Natur, aber nicht der liebe Gott, aber die Mutter Natur wird spucken und kotzen. Und uns vom Planeten schmacken. Da werden wir mal Leben in der Bude. Was sind das für ein Fünftes? Ja, Hindi und Sanskrit. Ja, ja. Und ganz lange, ich liege ganz lange noch wach, weil, das ist nämlich, man braucht ja nicht so viel schlafen, wie man glaubt. Menschen. Über dich, gibt es irgendwas bei dir, worüber du dir Sorgen machst? Nö. Nö, nö, nö. Aber ich meine... Hurry, my God. You just gotta wait. Be patient. Cause he's a God. You just can't hurry. But he'll be there. Don't you worry. He'll be there just in time. Just in time. Just in time. Just in time. And you can't hurry, my God. No, you can't. But my brother Joe, he was sick so long. Sorry for spinning it. And his bones were crashing all over the place. I think they call it cancer these days. He lost his wife, his cattle, and his children. And he said, oh, Lord, please come to me. See about me. But I said to him, you can't hurry. Him. You just gotta wait. Cause you can't hurry, my God. No, you can't. Cause he'll be there right in time. Right on time. Right with the time. He'll be there. Right on time. Und vor allen anderen, also bevor die anderen wach werden, mein Kind, mein Sohn, der ist acht, oder am 3. August neun, und Maddy, unser Kindermädchen, basically unsere Freundin, offiziell Kindermädchen. Und, ja, und dann wecke ich die dann irgendwann auf, wenn die dann auch wach werden sollen. Und vorher mache ich meine geheimen Sachen. Meine alchemistischen Gebete. Und auf dem Harmonium spiele ich. Mengst du auch so Wässerchen ineinander, so grüne und rosa Flüssigkeiten und so? Nee, aber ich mache schon manchmal mit Wasser und Weihrauch und Blumen. Jesus Christus steht auch bei mir auf dem Altar, selbstverständlich. Wer steht da noch? Ja, da steht der Buddha, der Ganesha, und die göttliche Mutter, und der Babaji, und der Nunivaji, der Dalai Lama. Also Babaji, das klingt wie so eine russische Märchenfigur. Das Märchen vom alten Babaji, oder so. Der Babaji, das ist ein Name, dem ihn die Menschen gegeben hat. Er selber hat gesagt, ich bin nichts und niemand, ich bin nur der Spiegel, in dem du dich sehen kannst. Ich bin nur gekommen, um der Menschheit zu dienen. Aber, ähm. Wo waren wir gerade? Bei Babaji. Ja. Der einfache Vater ist die Übersetzung von dem Namen Babaji. Wir sind ja alle eins, irgendwie. Irgendwann werden wir es auch kapieren, dass wir eigentlich, you know, dass jeder die Möglichkeit hat, auch jemand anders zu sein. Das hast du aber schön gesagt. Ich würde ja, wie gesagt, also nicht immer die ganze Zeit dann hier sein, falls ich das Zimmer kriegen sollte. Aber... Würdest du irgendwas mitbringen? Also, ist was ganz wichtig in deinem Leben, was in deinem Zimmer sein ist? Du, das ist alles in meinem Koffer drin, wenn ich was mitbringe. Oh. Dass sie sich auf das Tier setzen. Tier? Ja. Ja, da kann ich nicht. Reiblich. So eine komische Situation, wo du dich nicht mehr bewegen kannst, wo die anderen eine Power über dich haben. Auf jeden Fall. Weil die Power, die die hatten, das ist eine Power, tja, du kannst nicht mehr. Da kannst du gar keine Angst haben. Das ist so ein super Gefühl. Und die weiß das auch. Und viele von meinen Freunden kennen die Geschichte und wissen das. Aber wenn die Ufos Cosma gebracht haben, dann musst du... Na, ich sag doch nicht, dass die Cosma gebracht haben. Das hat meine Freundin so scherzhaft gesagt, hat auf meinen Bauch gezeigt und den Namen. Ach so. Da habe ich den Namen Cosma zum ersten Mal gehört, weißt du? Aha. Und den fand ich so schön und dachte, Cosma, Cosma, mit einem A, das Weibliche. Wie findet Cosma, wie findet... So schön hier. Ah, herrlich. Wie findet Cosma Ihren Namen? Ich glaube Cosma findet Ihr Namen in Ordnung. Ich glaube Cosma findet Ihr Namen in Ordnung. Ich glaube Cosma findet Ihr Namen in Ordnung. Wir müssen jetzt mal weg von diesen Realitäten der Ufos. Wir gehen zur Fantasie des alltäglichen Wäschesortierens. Kommt ihr mal runter, ihr beiden. Jetzt bist du gerade mit Haushalt. Echt? Ja. Mach ich gerne. Machst du gerne. Das ist ja auch die Hauptsache, was man im Ashram macht eigentlich. Das ist... So. Und jetzt? Und jetzt. Ah. Wurst. Weil der Stoff ist zu hart. Wird eine Dauerwurst. Das würde dann nach hart. Nochmal? Wollen wir jetzt rollen? Doch rollen jetzt? Ja. Okay. Bin dabei. Nein. So rollt... So... Weißt du... So singt's und klingt's in Indien. So rollt's sich... Sieht gemacht? Oder hast du gar nicht erzogen? Nein. Ähm. Ich hab... Ich hab mein Bestes gegeben, glaub ich. Und ähm... Man soll sich auch nicht selbst verurteilen, wenn man mal Fehler gemacht hat. Davon lernt man ja. Was glaubst du, was du für einen Fehler gemacht hast? Weiß ich nicht. Bist du streng gewesen manchmal? Ähm... Ja. Manchmal schon. Aber... Kannst du dann laut werden? Kannst du dann schreien? Nee. Ja. Manchmal. Naja. Ich weiß nicht. Ich hab manchmal, da war ich schwanger. Also einmal. Das zweite Mal. Das zweite Mal. Und da wollte ich manchmal schlafen. Und die Kinder waren oben so laut, Cosma und ihre Freundinnen. Und weil ich nicht immer die Streppen hochlaufen wollte, weil ich so müde war. Da hab ich immer gerufen. Ruhe! Ruhe! Und das... Das hat ihr wahrscheinlich genervt getan. Ja. Dem Tochterkind. Ja. Und was hat sie dann gemacht? Ach, das war nach dem vierten Monat war das vorbei. Man ist ja nur so im dritten, vierten, fünften Monat so müde. Danach ist man ja... Power. Und bei deinem Leben sind die Kinder auch immer dabei? Also der Otis, der macht die Schule zu Ende. Und dann kommt er ein bisschen auf die Tour. Und jeder Papa besuchen im Urlaub. Seinen Papa. Und ähm... Ja, so oft wie möglich nehme ich ihn mit. Ich finde es ja auch sehr interessant für ihn. Und wichtig für ihn auch zu sehen, wenn wir auf Tour sind. Wir haben ganz liebe Freunde, die in meiner Band sind. Das sind alles Otis Freunde auch. Mein Gitarrist hat ihm das Jojo spielen beigebracht. Und... Bisschen Gitarrenunterricht. Und diese Dinger da... Also alles, was man so braucht. Jojo. Gitarre spielen. Ja. Wie am Flipper. Steht der am Flipper dann? Oder was? Nee, die Dinger da. Diese Play-Dinger. Am Fernsehapparat, wo man da so Menschen totschließt. So Nintendo und sowas. Ja. Hast du nicht Angst, dass da ganz Bad Vibrations über irgendein mieses Karma rüberkommen, wenn er sich so der böse Computer spielen widmet? Nee, meine Kinder, die gehen in ganz normale Schulen und die leben ein ganz normales Leben. Und es ist nicht so, dass ich irgendwie ein fanatischer, religiöser Mensch bin. Die einzig wahre Religion ist die der Menschlichkeit sowieso. Und alles andere ist, you know, fanatisch. Und sowas will ich nicht, dass meine Kinder... Vermisst der die Mama nicht? Also wenn du nicht da bist, vermisst der dich nicht? Nee. Nee. Telefoniert ihr oder schreibt? Der hat mich ja so viel. Also ihr könnt euch ja... Ihr stellt euch wahrscheinlich vor, dass ich immer unterwegs bin. Ja. Ich bin einmal im Jahr auf Tour. Und vielleicht dieses Jahr zweimal. Und Tour ist dann wie lang? Zwei Monate? Zwei Monate. Und meistens ist er dann mit dabei. Und Cosma war auch oft mit. Und Otis spricht Englisch und Deutsch? Otis lernt Deutsch und Spanisch in der Schule. Spricht Englisch. Das ist eine englische Schule. Weil er ist ja in Amerika aufgewachsen, ne? Und wenn er hier in Deutschland ist, mal für ein paar Wochen, dann lernt er auch immer mehr und mehr Deutsch. Also das geht dann ganz schnell bei denen. Bei Cosma war das irgendwie damit. Und was macht das mit mir? Ja, du bedankst dich bei den Elementen, die überhaupt existieren. Götz, dann bedank dich. Und oft, ähm, das Ding ist jetzt schon über ein Jahr alt, hier diese Hosenteile. Aber die mag ich unheimlich gerne, weil da ist ja der Weltraum drauf. Ja. Was schießt du? Der Äther. Ja. Das Ätherische, das Unendliche. Es gibt so viele Universen. Das können wir uns gar nicht erahnen. Da fällt mir was an. Ich habe ein ganz großes Problem, weil du sagst Universen. Ich habe ein ganz großes Problem damit, so bestimmte esoterische Ausdrücke in den Plural zu projizieren. Echt? Was ist zum Beispiel die Mehrzahl von Guru? Guren? Ähm. Lateinisch, Gura, die Gurin, also die Mehrzahl Gure. Also, Guru ist inspirierendes Licht. Warum der Plural? Licht. Du sagst doch einfach Lichter. Viele Lichter. Ein langsam, äh, mit zu Rätseln. Versuch uns am Bilderrätsel. Obwohl beim Kreuzworträtsel bin ich ganz gut. Wir könnten verwandt sein. Ungeschminkt. Ja. Ich bin total alt. Guck dir mal unsere Gesellschaft an. Das stimmt. Eine Frau, die 44 ist, die wird hier als total alt abgestimmt. Und im Fernsehen, wenn sie einen jungen Mann hat. Ich bin ja Asket seit einem Jahr. Äh. Dann ist sie auch noch Juni und Schwein. Nee. In so einer Welt leben wir wo. Ja. Dazu dürfen wir nicht schweigen. Es ist offen. Na, wer? Schön, dass sie da sind. Halt, ihr seht, wie klasse. Ah, eure Nachbarn. Ja. Ich hab sie schon im Fernsehen gesehen. Was? Ja. Wer bringt mich denn ins Fernsehen? Ach, die weiß ja nicht, dass das aufgenommen würde. Nein. Ja, machen Sie das mal bitte. Der ist nicht im Moment... Auch so wie hier. Nee, warte mal. Das sag ich gleich beim Walter, wenn ich hochkomme. Weißen Sie, jetzt mal ein Spiel. Ich schreibe die Nummer an. Ich habe auch meine Telefon. Lieber zusammen was. Marschenkuchen für uns. Es ist ja süß, gerne. Ja. Ja. Schön, Frau. Der Wind, der Wind hat mir ein Lied erzählt von einem Glück unsagbar schön. Erwein. Was? Okay. Ähm. Man nennt mich Miss Fane, die berühmte Bekannte. Yes, Sir. Die nicht sehr beliebte bei Onkel und Tante. No, Sir. Ah. Man fürchtet, ich könnte die behüteten Neffen im Spielsalon oder im Himmelbeck treffen. Ich könnte sie verführen mit tausenden Listen zu etwas, das sie vielleicht doch noch nicht wüssten. Yes, Sir. La, 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 la. Yes, Sir. La, 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 la. So bin ich und so bleibe ich. So bin ich am ganzen Leib. Yes, Sir. Perfekt. Und muss ich mein irdisches Gastspiel beenden? Yes, Sir. Soll ihr euch nicht gleichgültig von mir wenden? No, Sir. Denn ich habe geliebt und ich habe geküsst, weil die Liebe doch dazu erfunden ist. Wie es alle auch hier tun seit tausenden Jahren nur, darf man um Gottes Willen nichts erfahren. No, Sir. No, Sir. Yes, Sir. Yes, Sir. Yes, Sir. Ja, was jetzt? Also so bin ich und so bleibe ich. So bin am ganzen Leib. Yes, Sir. Ansonsten, wenn ich Klavier spiele, ich kann aber nicht vermuten. Den Esel und das Blue. Und nach ändern kannst du dich nicht. Von Erdbeben. Wie will denn hier keiner überleben? Ich bin total. Ich mag gerne die Prix. B-R-I-X-X. Ich glaube die ist aus Köln. Ach die. Ja. Ach die. Und Rally. Rally. So eine glückliche Sommermusik. Romantisch. Dann höre ich unheimlich gerne mit meinem Sohn, den Bruder von Nene Sherry, den anderen Sherry. Wie heißt der denn gleich nochmal? Sherry auch eine schöne... Ich kenne keine Sänger, die noch leben. Nee? Du arbeitest zu viel. Das ist auch klassische Musik manchmal. Ja, ich habe neulich die Werbung gesehen mit 47L. Nee, doch. Ich mache ja auch selber Like Der Mond ist aufgegangen von Bruder Klaus. Das ist ein ganz berühmtes Lied. Und das so geistliche Lieder, das Ave Maria und sowas. Wenn das Klassische geistlich ist, mag ich es. Wenn das Klassische nur so bombastisch ist, dann kann ich mir gestohlen bleiben. Weinst du Weihnachten? Wenn so Weihnachtslieder kommen? Ja, aber nur Weihnachten... Da... Oh...